Mein Name ist Rory McNeil. Mit den Pillen hier behandle ich immer die Pferde. Ich bin ein altes Pferd. Setz dich in diesen Flieger und lass dir endlich helfen. Take my hand. Ich hab ihn seit 15 Jahren nicht gesehen. Er ist hier, weil er zum Arzt will. Wir interessieren ihn in Dreck. Ach, Emily steht also nicht. Mann. Aber sie hat doch Brüste. Dad. Ich will die blutigste Wurst, die Sie haben. Geben Sie mir Ihren rauchisten Whisky. Was ist das für ein Zeug? Sie lächeln. So haben sich die Etrusker immer ihre Toten vorgestellt. Tot sehen die für mich nicht aus. Kann man nicht mit einem Lächeln sterben? Was machst du denn da? Ich filme ihn. Weg das blöde Ding weg. Schau ihn an. Mit deinen Augen. Ginge es nach dir, würde sich auf der Welt nie was ändern. Halleluja. Ich wollte nicht aus Valisei weg, sondern wegen dir. Halleluja. Es wird der Tag kommen, sehr bald schon, an dem ich nicht mehr ihr sein werde. Ich mache mit ihm nicht den gleichen Fehler, den ich bei dir gemacht habe. Tu, was du liebst, solange du es kannst. Jeden Tag ein Schluck oder vier. Und es kommt nie ein Arzt zu dir. Ich möchte dich wirklich gerne in meinem Leben haben. In dem, was noch übrig ist. Wir hätten uns früher kennenlernen sollen. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Ich mache jetzt mal ganz-von怖. Musik 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 Musik